bis jetzt hier ist noch mehr eisen so wir haben jetzt 8 eisen 10 12 14 14 16 16 eisen ist hier noch mehr jetzt nach unten das ist sehr toll aber wie komme ich jetzt wieder hoch so ich nehme mal meine werkmanagement die werde ich auf jeden fall brauchen und ich gehe wieder raus es ist es ist wieder tag dann gehe ich jetzt wieder raus und kommen in der nacht wieder wenn es dunkel ist und sollte auf grippe aufpassen die sind immer hier scheiße wieso greifen mich spinnen am tag an aber du greifen mich nicht an zum rück und hier leuchte ich mal ein bisschen aus jetzt haben wir 16 eisen sonst suchen jetzt mal nach schafe das werde ich auf keinen fall gebrauchen das sei deshalb reine mit rennen mit doch nicht so viel Cobblestone und das wollte ich natürlich noch an pflanzen so sagt ups nicht nebeneinander das ist nicht gut gar nicht gut so so und so und hier nicht jetzt bei ich mir noch eine schere dann kann ich die schafe schön ab rasieren schön rasieren die blieben das so ich brauche nicht so viel dann bin ich gesichert und das holz was ich hier drin jetzt gehe ich auf die suche nach schafen noch nicht hier meint mein ein haus das ist m haus er passt welche farbe so so blau ich gehe einfach mal in die 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 Richtung das tschüss mein haus das werden wir auf jeden fall ich möchte ähm dieses 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 season dieses season 2 ja soll mindestens hunden folgen sein ja hunden folgen überhunde folgen warte mal ist hier was aus einer hülle ich sehe zufällige weise ein Thomas Bonnet 9 ok dann gehe ich jetzt wieder zurück und sammle vielleicht ein bisschen holz ein und hier sind Slimes da da sie ist sie ist Slimes die sollen sich auf keinen fall angreifen so ich habe Slimes was ist hier unten nix hier ist nix mehr aber hier spawnt doch gar nix im wasser sollte gar nix spawnen deshalb nimmt das wieder mit meine Fackel du auch komm mit danke und ich sollte mich jetzt achte mal wird es schon wieder dunkel nein es wird ja nicht dunkel noch nicht wo es steht denn die Sonne so 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 ich denke mal was so was ist das Kohle Kohle oh was werde ich runtergefangen Kürbis ich brauche die Kürbisse ich brauche euch wie macht man eigentlich ähm Kürbisskuchen schreibt es in die Kommentare und ich schaue selber nach so hier sind gar keine Schafe aber Slimes sind hier Slimes wir brauchen Slimes Kühe danke danke und jetzt schon also dachte ich schon das so dunkel wir haben Pilze gefunden und nicht nur wenige sondern viele denen mit ähm dann mach ich mir eine leckere Pilzsuppe so passt okay jetzt 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 reicht es ähm puh was mach ich jetzt hier gibt's keine Schafe nein nur Hühner und Kühe und keine Schweine und keine Schafe weiß gar nicht wo die Schafe sind ich glaube die sind alle verschwunden die sind alle tot wo sind denn die Schafe vielleicht nehme ich mal den Kürbiskopf auf dann sehe ich die Schafe Schaf achso hier sind die Schafe danke ohne den Kürbiskopf sieht man die Schafe überhaupt nicht die sind unsichtbar so diese unsichtbare Schafe da haben wir noch mehr Kürbis ähm was ich noch machen möchte ich brauche Seeds dann kann ich mir eine Weizen Plantage anbauen so jetzt habe ich mal zwei so wir können doch nicht nur äh aus Fleisch uns nur aus Fleisch ernähren und aus Wildsuppen das geht doch gar nicht 3 ich glaube nicht dass wir hier noch irgendwelche finden werden so 4 5 kommt 5 ich höre hier wieder Slimes ich weiß nicht wo die sind aber ich weiß nur dass die hier irgendwo sind ich weiß das ich weiß dass ihr hier seid muss sie orten sie sind irgendwo hier da ich nehme meine Spitzsacke raus und tadaa wir haben sie gefunden wie komme ich denn da nach unten mhm ich mach mal folgendes ich grabe mich nach unten wie jeder andere auch so jetzt wird es jetzt ist es wieder hell einen kleinen Moment passt oh zum Glück schleppen die uns nicht an so und jetzt noch mehr Eisen okay Eisen und ich höre Wasser ich habe Wasser gehört ich denke es wird noch wir haben jetzt scharfe Eisen Kohle noch keinen demanden noch keine Redstone hm hm das ist jetzt die warte mal da ist die 3 plus das ist die fünfte Folge oder? ja das ist die fünfte Folge nach meiner Berechnung warte mal nein doch das ist die fünfte Folge okay dann ist das eben die fünfte Folge so so jetzt gehe ich wieder jetzt gehe ich wieder raus aufpassen 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 niemand ist da und es wird wieder dunkel ich gehe lieber wieder zurück zum Glück habe ich meinen Kompass da oben platziert und den Licht Level Mod so kann ich sehen wo die Monster spawnen können und wo nicht so ich trinke nochmal was so hoch hoch oh nein wisst ihr was das ist? ein Hexe Hütte hallo warte mal das markiere ich jetzt mal Hexen das mache ich schwarz 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 schwarze Magie Blumentöpfe ich gehe gleich da rein nicht jetzt ich wohne nach Hause bevor wir sterben schwarz 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 Untertitelung des ZDF, 2020